Hallo und herzlich willkommen in dieser Folge. Heute geht es um den vaginalen Ausfluss. Ja, ich mache deswegen die Anführungszeichen, weil der Begriff Ausfluss ist bei GynäkologInnen oftmals verknüpft mit einer Erkrankung, also mit einer Infektion. Der Ausfluss an sich ist aber auch Volksmund für das Vaginalsekret, was hormonellen Schwankungen unterliegt. Mal mehr, mal weniger, mal ein bisschen klumpiger, mal ein bisschen fadenziehender und da müssen wir jetzt irgendwie eine Begrifflichkeit finden, die wir alle verstehen. Der medizinisch-lateinische Begriff ist Fluor Vaginalis. Fluor ist also so das Umschreibungswort für GynäkologInnen unter sich, aber eben auch nicht großartig im Volksmund gängig. Deswegen sprechen auch GynäkologInnen und auch wir oftmals vom Ausfluss, auch wenn wir das normale Sekret meinen. Also seht es mir nach, wenn ich jetzt in den folgenden Minuten ab und zu mal Ausfluss sage, ich meine nicht die Erkrankung. Was der Unterschied ist, erkläre ich aber auch gleich nochmal. Grundsätzlich muss man erstmal klären, was ist das und wo kommt das her und wofür ist das da, was ist normal, was ist nicht normal. Das Vaginalsekret oder dieser Fluor Vaginalis wird von Drüsen des Gebärmutterhalses produziert. Also nicht mal von der Vaginalschleimhaut, sondern von viel weiter oben im Gebärmutterhals und besteht aus einem weißen, klaren Sekret, vermischt mit so ein paar Hautzellen, was dem Ganzen so eine milchig-weiße Farbe gibt. Deswegen nennt man es auch oftmals den Weißfluss. Dieser Begriff ist aber wieder irreführend, weil es gibt auch normale Ausflussvarianten, die quasi nicht nur weiß sind. Es kann auch so ein bisschen ins gelbliche gehen, manchmal auch ins pinke oder auch ins rötliche. Und trotzdem handelt es sich um keinen Krankheitszustand, weshalb der Weißfluss eben sich auch nicht durchgesetzt hat als Begriff. Und jetzt kommen wir zu diesen hormonellen Schwankungen. Und in meinem Kurs zur natürlichen Familienplanung geht es natürlich genau darum, zu schauen, wie verändert sich eben dieses Vaginalsekret, dieser Cervix-Schleim im Zyklus einer Frau. Denn man kann sich vielleicht grundauf merken, je mehr Hormone da im Spiel sind, vor allem das Östrogen, desto mehr von diesem Schleim oder diesem Sekret wird produziert. Und deswegen ändert sich da auch die Konsistenz und teilweise auch die Farbe. Wenn es zur fruchtbaren Phase hingeht, also rund um den Eisprung, wird dieses Sekret und dieser Cervix-Schleim ganz spinnbar. Da habe ich euch Beispielvideos in dem Kurs gezeigt, die ich euch auch nochmal einblenden möchte. Man kann also zwischen Zeigefinger und dem Daumen richtige Fäden ziehen. Das spricht für eine sehr, sehr fruchtbare Phase, denn jetzt war da ganz viel Östrogen im Spiel. Nach der Periode merkt man oftmals gar nicht so viel von diesem Ausfluss. Und kurz nach diesem Eisprung wird der auch wieder weniger. Es wird fast so milchig, sieht manchmal aus wie so eine Gesichtscreme, also eine ganz milchige Konsistenz. Es gibt aber oftmals auch Ausflussarten, die so ein bisschen bröckeliger sind, wo so ein paar Stückchen dabei sind. Auch das muss noch gar nichts Schlimmes bedeuten. Jetzt kommt ein wichtiger Fakt, dieser Ausfluss ist also ganz, ganz normal und unterliegt diesen Schwankungen. Deswegen hat auch manchmal die Frau das Gefühl, abends im Höschen, wenn sie die Hose wechselt, ist da sehr, sehr viel im Schlüpfer gelandet. Und sie hat gleich Angst, dass da irgendwas Schlimmes dahinter steckt. Das muss eben nicht der Fall sein. Ungefähr 5 Milliliter pro Tag wird von diesem Vaginalsekret produziert. Bei der einen Frau ein bisschen mehr, bei der einen Frau ein bisschen weniger. Und wichtiger Punkt ist jetzt, dass dieses Sekret meistens ganz geruchslos ist. Wenn ihr also dann am Höschen riecht oder zwischen den Fingern mal riecht, dürftet das im Prinzip nach nichts riechen. Vielleicht ein bisschen säuerlich, das kommt aber durch die Milchsäure, die produziert wird durch diese Milchsäurebakterien. 5 Milliliter ungefähr, kein Geruch und von der Farbe her und der Konsistenz her ändert sich das im Zyklus. Das ist das normale Vaginalsekret, der normale Fluor Vaginalis einer Frau. Wenn man jetzt so einen pH-Streifen zur Hand hat, so wie ich das jetzt gerade zufällig hier liegen habe, könnte man auch mal schauen, wie sein pH-Wert in der Vagina ist. Der liegt nämlich ungefähr zwischen 3,8 und 4,5. Wer sich nicht mehr so gut in Chemie auskennt, das ist sehr, sehr sauer. Der Magensäure-pH zum Beispiel liegt bei 2. Also, sie sind nur zwei Stufen drüber, dann sind wir schon beim vaginalen Ausfluss bzw. beim Fluor Vaginalis. Sehr saures Milieu, hat den Hintergrund, dass diese Säure natürlich auch Bakterien und andere Keime abtöten will und kann und deswegen auch für so ein normales Gleichgewicht dort verantwortlich ist. Jetzt kommen wir mal zum Punkt, wie du wirklich das ganze Ausfluss nennen darfst, offiziell, weil es sich dann um ein Krankheitsbild handelt. Also, wie merkst du jetzt eigentlich, dass jetzt was nicht stimmt? Und da ist es wichtig, sich vorher schon mal mit diesem Thema auseinandergesetzt zu haben, denn du weißt ja jetzt ungefähr, wie dein normaler Fluor aussehen soll und wie er riechen soll. Und wenn sich das eben ändert, dann muss man mal genauer hingucken. Und da haben wir auch diese pH-Streifen, die ich eigentlich nur jeder Frau ans Herz legen kann, die einfach mal irgendwo zu Hause im Schrank zu lagern, um einfach selber zu schauen, hat sich mein pH-Wert denn verändert? Denn, das ist so eine Grundaussage, wenn das Gleichgewicht aus Milchsäurebakterien dort kippt, also andere Bakterien oder Pilze oder andere Keime da überhand nimmt, verändert sich auch ganz oft der pH-Wert als erstes. Dann kommt natürlich ganz oft eine Geruchsveränderung dazu. Wenn du das Gefühl hast, das riecht so ein bisschen wie fischig und einfach nicht mehr ganz gesund, dann solltest du natürlich deine Gynäkologin aufsuchen, um einfach mal zu schauen, ob da alles in Ordnung ist. Von der Farbe habe ich schon beschrieben. Es kann manchmal sein, dass es so in gelbstichig geht, dass so ein rosa Film drüber ist. Gerade zum Eisprung hin gibt es manchmal solche Ovulationsblutungen, was den Cervixschleim so ein bisschen rosarot verändern kann. Muss nicht unbedingt was Schlimmes bedeuten. Aber grün zum Beispiel oder auch so schaumwerfend, das sind Ausflussarten, die wirklich, wirklich infektiös sind, die abgeklärt werden sollten, ob man da schon eine Behandlung braucht. Die meisten Frauen hatten wahrscheinlich schon mal eine Pilzinfektion, Vaginalpilz. Das ist etwas, was den Ausfluss ein Stück weit auch verändert. Er wird da so ganz weiß und ganz bröckelig. Das muss nicht unbedingt gleich was Schlechtes bedeuten. Das haben wir auch schon gelernt. Jetzt kommt aber ein massiver Juckreiz hinzu. Und wenn diese zwei Konstellationen hinzukommen, du sagst, okay, mein Ausfluss, der ist weiß, bröckelig, riecht jetzt auch nicht unbedingt schlecht, aber es kommt wirklich ein Juckreiz hinzu, dass du kaum noch ruhig sitzen kannst, dann solltest du das Ganze auch abklären lassen. Denn dann steckt nämlich wahrscheinlich ein Vaginalpilz dahinter. Was macht die Gynäkologin eigentlich dann vor Ort? Die hat die Möglichkeit, auch diesen pH-Wert natürlich zu bestimmen, hat aber auch die Möglichkeit, Abstriche zu nehmen. Einmal kommen solche Abstriche auf so einen Objektträger und wir gucken uns das schon in der Praxis unter einem Mikroskop an. So können wir schon in so einem ganz Nativpräparat sehen, ob da Entzündungszellen oder sogar Pilzspuren oder irgendwas anderes dort seinen Unheil treibt. Wenn es unklar ist oder wenn man nichts im Mikroskop sieht und trotzdem die Beschwerden da sind, kann man so einen mikrobiologischen Abstrich auch einschicken in ein Labor, wo eine große Testung erfolgt auf alle möglichen Geschlechtskrankheiten, auf alle möglichen Keime und auch Resistenzbildungen, sodass man da wirklich mal einen Rundumschlag macht und dementsprechend dann auch die Therapie einleitet. Es gibt aber unabhängig von normal und krankhaft so eine ganz große Graumasse, wo man sagen kann, hier kann sich auch der vaginale Ausfluss oder der Flur verändern, muss aber nicht unbedingt was Schlimmes bedeuten, zum Beispiel bei einer sexuellen Erregung. Da haben, glaube ich, alle Frauen das schon mal erlebt, dass dann natürlich der Zervikalschleim viel mehr wird, dass einfach die Lubrikation, also die Feuchtigkeit massiv zunimmt. Das ist natürlich mechanisch gewollt, dass es eben bei der Penetration nicht so reibt und nicht so wehtut. Anderer Punkt ist in der Schwangerschaft. Vielleicht warst du schon mal schwanger und warst das ein oder andere Mal auch bei deiner Gynäkologin, weil du vielleicht sogar dachtest, da geht jetzt Fruchtwasser ab. Ich hatte einen Blasensprung, weil das so massiv viel war, dass man wirklich das Gefühl hatte, das kann nicht mehr normal sein. Und bei der Gynäkologin wird dann gesagt, nö, das ist kein Blasensprung, das ist alles in Ordnung. In der Schwangerschaft nimmt dieser Ausfluss, also dieser Fluorvaginalis, extrem zu. Auch hier empfehle ich immer, diese pH-Streifen einfach mitzunehmen nach Hause, weil dann erspart man sich vielleicht einen Besuch bei der Gynäkologin, die einen dann eh nach Hause schickt und sagt, das ist alles in Ordnung. Denn wenn der pH 4 ist, ist in den allermeisten Fällen auch alles in Ordnung. Gerade wenn es Fruchtwasser ist, wäre dieser pH viel, viel, viel höher. Ein klassischer Notfall früher in der Klinik, in der Notaufnahme war Lost Tampon. Also ein Tampon oder ein Vaginalschwamm, sogar schon eine Tasse, die nicht mehr herauskommen wollte. Je nach Länge der Vagina kann das wirklich mal passieren. Dass man vergisst, sogar eins hinterher schiebt, jetzt wenn man beim Tampon ist, und dann ist eins zurückgeblieben. Das kann massiv gefährlich werden, sogar lebensgefährlich, durch eine wahnsinnige Überreaktion des Immunsystems. Wenn du das Gefühl hast, du hast vielleicht einen Tampon vergessen oder diesen Schwamm vergessen oder kommst einfach nicht mehr von selber raus, dann geh lieber früher als später zu deiner Gynäkologin, um nachsehen zu lassen. Denn das verändert zum einen auch den Geruch massiv und auch den Ausfluss, aber da ist es sehr oft schon wahnsinnig spät, sodass man eine antibiotische Behandlung braucht, wenn nicht sogar eine stationäre Aufnahme. Es gibt nämlich wirklich ein Krankheitsbild, was zu einer Sepsis, also einer Blutvergiftung führen kann und mitunter lebensbedrohlich auch für junge Frauen sein kann. Wenn du nach dem Sex mit einem Kondom zum Beispiel merkst, dass dein Ausfluss anders ist, dass es vielleicht auch ein bisschen brennt und bitzelt, dann kann es sein, dass du eine Latexallergie hast. Da hilft es einfach mal, ein latexfreies Kondom zu nutzen, um zu schauen, ist es da immer noch oder nicht. Einige Frauen haben auch nach dem Sex einen veränderten Ausfluss. Der riecht auch anders. Und wenn man dann diesen pH-Streifen macht, merkt man, oh, der ist ja ganz, ganz basisch, bei sieben oder acht. Jetzt ist bestimmt irgendwas Schlimmes. Da musst du aber auch daran denken, dass das Sperma, das Ejakulat des Mannes, sehr, sehr basisch ist. Und wenn du einen Tag später sogar noch misst und merkst, da ist ja der pH verändert, muss das nicht unbedingt was Schlimmes bedeuten. Das kann noch von der Ejakulation des Mannes kommen. Also muss man da wirklich ein bisschen Zeit mitbringen. Es empfiehlt sich trotzdem auch nach dem Sex, wenn Mann gekommen ist, aufs Klo zu gehen, damit das restliche Sperma auch bei Kinderwunsch nach ein paar Minuten herauskommt, weil das wirklich den pH so massiv verändern kann, dass jetzt Bakterien, Pilze und andere Spuren die Möglichkeit haben, aufzuflammen und das Milieu langfristig zu verändern. Und es ist nicht so selten, dass viele Frauen nach dem Sex dann irgendwelche Vaginalinfektionen bekommen. Was du jetzt also gelernt haben solltest, dieser Fluor Vaginales ist was völlig Normales. Das reimt sich sogar. Und vor allen Dingen ändert er sich im Zyklus immer wieder von der Konsistenz und auch der Menge. Leg dich nicht fest auf diese 5 Milliliter. Keine Frau der Welt kann das sowieso messen. Man hat ja nicht zu Hause eine kleine Taschenwaage und legt da jedes Mal seinen Ausfluss drauf. Sondern man kann sich dann irgendwann einschätzen, was von der Menge her bei einem selbst normal ist. Und was nicht, den pH-Wert messen, haben wir jetzt schon öfter erklärt, ist auf jeden Fall ein hilfreicher Tipp, den man mitgeben kann. Und sollte sich da in dieser Konstellation, die du dann kennenlernst, irgendwas ändern, von Farbe, Geruch oder auch Empfinden, dann solltest du deine Gynäkologin lieber früher als später mal draufschauen lassen, ob alles in Ordnung ist. Denn diese Vaginalinfekte haben oft die Tendenz, wiederzukommen und dieses Vaginalmilieu auch langfristig zu verändern, sodass man immer wieder sogenannte rezidivierende Infekte hat. Das heißt, nach dem Pilz kommt ein bakterieller Infekt und ständig ist man dabei, irgendwie zu behandeln. Und diese Behandlung verändert natürlich auch wieder das Vaginalmilieu und das kann natürlich auch wieder zu Reizungen führen. In dem Sinne, ein bisschen mehr Selfcare, ein bisschen mehr schauen, was es eigentlich mit meinem Fluor Vaginal ist und wie sieht der so aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.